Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hot Train. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid und wir fahren weiter. In der letzten Folge haben wir diesen kleinen Außenposten befriedet. Und jetzt gucken wir mal, wo uns das Schicksal weiterhintreibt. Und wir brauchen unbedingt... Was ist das da? Genau, egal. Werden wir gleich sehen. Ähm, wir brauchen unbedingt... Was ist denn die auf 5? Da funktioniert... Hä? Das ist immer auf Platz 1. Danke. Ähm, am besten rausgehören, was funktioniert am besten. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe auch schon auf dem Fahrt verloren. Egal. Äh, wir machen weiter mit dem... Text. Und... Gucken wir mal, was wir noch brauchen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Erdöl. Genau, Erdöl war es. Erdöl, das haben wir schon hier gestellt aus Versehen. Zack. Und... Ich bin da. Blub, blub, blub. Sehr schön. Hier ist nichts dazu gekommen. Aber... Blimm. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich sehr, sehr dumm. Ist das schön. Fühlt sich schon wieder an, gell? Ja, wir sind alle voll. Da drüben ist was. Ja, gut. Dann warten wir das nehmen wir da mit, gell? Ach, schrecklich. Ich finde, dass wir eine Ohrwurm noch im Ohr haben. Und... Das geht einfach nicht weg, das scheiß Ding. Gibt's ja. Dankeschön. Echt. Schrecklich. Nein, ich... Hör auf. Ich will euch nicht den Ohrwurm verpassen hier. Vier Verbände. Stuhle zwei brauchen wir noch. Verbände Stuhle zwei. Robustes Leder. In Stuhle schicken. Hör. Ja gut. Machen wir. Gleich. Aber erst... Machen wir das hier noch. Wir machen jetzt Verbände. Ja, okay. Und weil wir kein Erdöl mehr haben. Das ist das große Problem. Dann könnten wir jetzt irgendwo Erdöl finden. Nee, das ist Benzin. Das brauche ich nicht. Auch Erdöl. Was ähnliches. Oder anders. Zack, gestartet. Fährlich. Ähm... Dann könnten wir weitermachen. Aber gut. Leder. Instabile Chemikalien brauchen wir wieder. Dafür brauche ich unbedingt mehr Zeug. Das ist nicht gut. Ich mag es herstellen. Ich lasse euch mal wieder ein bisschen sammeln hier. Das, was ich nicht brauche, schmeiße ich weg. Ich muss ja nicht mehr sammeln. Uah. Also mal jetzt nötig, ne? Aber die müssen ja auch nicht hier voll rum sitzen. Zink zum Beispiel. Wir gehen jetzt auch gerade. Da habe ich drei Behörder jetzt voll. Das reicht jetzt auch dann mal. So, dann nehme ich das auch noch raus. Das ist voll. Okay, dann... Ach, schon. Ja, okay. Ich muss mal ganz kurz hier hin. Dann muss ich jetzt schon mit auf. Egal. Äh. Klub. Klub. Und... Das despaunt wirklich. Der war eben voll. Ich nehme das raus. Bevor hier das Wasser weiter despaunt. Sehr schön. Okay. Dann... Metallschrott brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Das braucht man auch schon zu viel davon. Mittlerweile auch mit... Ja, mittlerweile müssen wir drei Stücke voll haben jetzt. Weg damit. So... Das brauchen wir hier mal. Passt. Und das war jetzt auch auf jeden Fall. Aber jetzt können wir nicht genug haben. Holz und Kohle. Hier. Das, das, das. Hier. Alles voll. Alles voll. Okay. Ich habe ja noch zwei drin. So. Dann... Hauen wir jetzt hier einfach mal alles rein. So. Dann machen wir hier nochmal Max herstellen. Und dann stellen wir... ... ein schweres Lederboden. So. Hä? Warte mal. Das ist doch wieder die. Okay. Jetzt stoppen wir mal und gehen wir nochmal zu der Hexe. Na dann? Die mag uns aber richtig heute, wa? Okay. Ähm. Was wollte ich jetzt? Was ist da hinten? Nee. Nee, das sah nur sowas. Wisst ihr? Die werden mich jetzt wieder nicht voll... Doch, werden sie. Okay. Schau. Okay. Schau. Okay. Ist alles gut. Äh. Leder. Schweres Leder und Bindemittel brauchen wir dafür bestimmt. Drei. Schweres Leder und Bindemittel hätte ich mir nicht mehr vorstellen. Aber wieder Schink. Schink brauchen wir dafür wieder. Warte. Schweres Leder macht dann alles. Hä? Hä? Hab ich... Also ob ich's gewuscht hätte. Jetzt ob ich's gewuscht hätte. Aber Fett brauchen wir. Bindemittel. Ne? Nicht Dichtmittel. Bindemittel. Na ja. Nah dran. Ist auch vorbei. Nah dran. Ist das nicht knapp? Ne? Ne? Fand ich nach vorne. Gut. Gut. Bestellen. Das ist ja bestellen. Das ist ja sehr gut. Da haben wir nicht noch... Ja. Eins haben wir noch. Da können wir uns schon mal zerstellen. Äh. Schweres Leder. Da. Okay. Dann würde ich sagen... Jetzt seitdem das jetzt hier hergestellt wird... Können wir auch da rüber schnell. Oder? Was sagt ihr dazu? Das machen wir erstmal hier das Wasser rein. Und dann... Schmeißen wir den Scheiß hier erstmal hier rein. Hallo? Oder eigentlich... Schön. Gut. Ich muss wieder eher von den Viechern sammeln, ne? Hm. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, da haben wir auch ein bisschen was drinne. Und das. Halt. Die Dinger brauche ich. Und hier drinne? Ne. Habe ich nicht rein gemacht gehabt. Ah, fuck it. Nein. Da. Na dann. Let's go. Wie? Ich glaube, dass das jetzt dasselbe ist. Und... Jetzt im Kreis gefahren ist es doch... Lass doch. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das kommt mir auch... Nein, das ist es nicht. Okay. Dann ist ja gut. Das ist was anderes. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist nicht so. Geh weg. Nein, ich will nichts von. Oh. Okay, wir halten wieder Ausschau. Nach. Nein, 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 nein. Nach, äh, Mustern. Ist das Wort. Mustern. Da ist die Kugel. Auf jeden Fall, wir sind zwei Kugeln. Okay. Jetzt übertreibt es aber gleich. Da ist ein Stern drauf. Ein Stern und eine Krabbe. Stern und Krabbe. Okay. Ist das wieder so ein Ding? Stern und Krabbe. Okay, Stern und Krabbe. Ich will gucken, wie oft ich das sagen kann. Stern und Krabbe, Stern und Krabbe. Nein. Da unten war nix an dem Haus, ne. Da ist mal nichts. Da ist auch nichts. Ach, warte, 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 warte. Ah, warte mal, warte, 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 warte. Wir müssen. Stern und Krabbe. Stern, Krabbe, Fisch. Sehen wir hier. Stern, Krabbe, Fisch. Stern, Krabbe, Fisch. Ja, es fehlt noch. Wo ist das andere? Wo ist das letzte Zeichen? Wo hast du es versteckt? Ah, Oktopode. Stern, Krabbe, Fisch, Oktopode. Stern, Krabbe. Nee, warte, nee, warte mal. Jetzt kann man so gucken. Wie heißt es? Krabbe, Oktopode, Fisch, Stern. Krabbe. O. Fisch. Okay. Das ist die Frage. Darf ich jetzt? Warte. So, wir gucken jetzt von hier. Das ist Krabbe. Dann kommt Oktopode. Ach, gehen wir hier auf den Sack? Ja, tut ihr halt. Ja, komm, mach Puff. Fisch und Stern ist sprach falsch. Dann ist es Stern und Fisch. Ach ja, jetzt. Den hätten wir schon mal. Sehr schön. Mensch, hier wird mal richtig... zu ihr schliessen mit Teilen. Das ist ja schön. Das freut mich. Das klingt da oben. Was klingt denn da? Da hat doch gerade was klingt. Oder habe ich wieder gesoffen? Hm. Was war es denn so? Ich finde, da ist da auch noch was dahinten. Ja, gucken wir noch mal. Zack. Und da hin. Ich würde es nicht. Nee, das würde ich nicht. Wollte nicht. Wollte nicht. Hier irgendwo... ...vieh da irgendwelche... ...Piktogramme. die... Ja, da unten. Da sind wir. Hier durch hinten. Ja, ist gut, jetzt mach doch nicht so nah. Wir haben hier... Was ist denn das? Ein Kühlschrank oder irgendwas? Ein Wald. Kühlschrank, Wald. Okay. Kühlschrank und Wald. Kühlschrank und Wald. Ja, ja. Das war klar. Dann haben wir wieder Kotzen und Freuen. Kotzen und Freuen. Kühlschrank, Wald. Kotzen und Freuen. Dann sag mal an. Wie ist denn die Reihenfolge? Ach, geh weg. Ich will dich nicht haben. Mann, der Gewirr. Sack. Hi. Finde. Hä? Von... Von was bin ich jetzt gestorben? Das war jetzt frech. Von was bin ich denn jetzt gestorben? Okay. Der Tod kam überraschend. Und wo sind meine Hacken hin? Da. Das war... Das war... Weiß ich nicht. Das sei, das sei, ich müssen jetzt. So, was ist denn jetzt der Hacken? Ach, da oben. Da oben war es. Genau. Dann noch da. Dann noch da. Dann noch da unten. Und hier nach dort. Dann sind wir ja auch gleich wieder da. So, Entewald war es auf jeden Fall. So wie ich das mitbekommen habe, oder? Nee. Muss ich hier noch irgendwas sein. Ach, da war noch da, 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 da. Das ist ja die Hexe. Die olle Hexe ist wieder da. Okay. Nochmal. Klingt nochmal so schön. Was? Ente. Fliegen. Hexe. Kotzen. Ente. Fliegen. Hexe. Kotzen. Okay. Und der Fliegehexe. Kotzen. Okay. Okay, nächstes Mal. Hihihi. Ähm. Hier gibt es sowas. Okay. Ist das das dann damit gemeint? Ich hab keine Ahnung. Da oben kann ich es auf jeden Fall sehen. Hexe. In der Fliegehexe Kotzen. Wo ist die Hände? Wo ist die Hände? Muss ja hier dann irgendwo sein, wahrscheinlich. In diesem wunderhübschen Gebäude. Bestimmt hier ein Baum. Hier, guck einfach mal da. Nö. Mir ist nix. Cool. Sehr schön. Guck. Da muss auch noch was sein. Ja, wo ist noch? Ja, geht wohl was sein. Sag mir doch mal wo. Hallo. Danke. Da noch irgendwo was? Ja. 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 Da muss ich hier irgendwo noch was versehen. Hello. Vielleicht auch irgendwo. Nö. Ja. 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 Wo soll denn das sein? Ich finde das letzte Rätsel nicht. Hier an dem Baum vielleicht. Jetzt will ich mal hier rumgucken. Guck. Da. Da ist es. Ich hab's hier sehen. Junge. Gib jetzt hier auf. Guck jetzt hier ran hier. Dann lass ich mal da hin. Dankeschön. Da steht Ende. Gut. Dann ist das nicht der Kühlschrank, sondern der Wald. Hä? 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 Das wird doch der Kühlschrank sein. Hä? Warte auf der Kühlschrank. Okay. Warte auf der Kühlschrank. Ah. Okay. Die Ente geht an den Kühlschrank. Zur Hexe. Und die freut sich drüber. Hä? Das ist mir ne gute Schichter. Ach. Das ist keine Kühlschrank. Das ist ein Eingang. Okay. Jetzt ein Eingang. Ja. Okay. Das gibt mehr Sinn. Obwohl. Wenn die Ente in den Kühlschrank geht, freut sich die Hexe wahrscheinlich auch drüber. Also wär jetzt auch nicht so falsch gewesen, ne? Hm. Egal. 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 Ich würd jetzt gerne da oben dran kommen. Danke. Und da hin. Und jetzt geht's weiter nach dort so. das geht eigentlich ganz gut aber das mal gleich dass das in einer zone gleich mehr von diesen Rätseln hat hätte ich jetzt nicht gedacht da ist ja doch mehr Variation drin als ich dachte aber bis jetzt hat es sich ja fast immer äh gleich gespielt, sag ich mal wenn man das so sehen möchte das war immer das, dann das, dann das war die ganze Zeit schon so ich gucke es hier hallo, danke bin wir da, bin ich vermisst? wahrscheinlich nicht ah, halt, warte, 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 warte aufheben hallo und stopp wollte ich nicht so weit laufen ja, ja, ich weiß das ist gut irgendwann habe ich den ganzen Waggon da voll irgendwann habe ich einen ganzen Waggon voll das ist doch schöne Deko, ich weiß gar nicht was die haben das ist wieder schön wir können ja mal gucken wir können ja mal gucken ob wir irgendeine schöne Deko haben diese die wir hier hin machen können ein Bettchen ne komm schon, Schrank würde ich auch nicht haben das würde ich auch nicht hier haben das bringt mir auch nichts ist halt nichts, was man hier hinstellen könnte groß das ist halt draußen, ne mit Witzeln draußen hinstellen unter freien Hände würde ich ihm auch Gebettchen hinstellen hier ist ein Luxusbett mitten in hier ist auch ein nein die bleiben ja eh nicht hier die sollen ja eh dann eigentlich zu den anderen mit dazu ja geil ok wir fahren weiter zweimal ja gut halt lass mal gucken ob die hier wie sieht gut aus das sieht alles gut aus du so dann wir brauchen Leder was noch wir brauchen ja schon noch ein bisschen Leder so so hupst das Leder stellen wir hier Max herstellen ok ach man nein das ist die 1 und das ist die 2 da ist was drin sammeln für mich Benzin brauchen wir eigentlich erstmal Bad nicht äh da haben wir eigentlich auch genug zur Zeit können da ruhig rumkammeln tut mir egal aber Kohle und Holz das brauchen wir immer ok dann gucken wir mal wie ist das fertig achso dann würde ich es aber sagen das machen wir dann in der nächsten Folge ich bedanke mich äh weil ich für das zu sehen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und dann gucken wir mal ob wir ein Headtrick draus machen und das dritte Rätsel in Folge bekommen ich weiß nicht warum ich jetzt auf einmal so kurz spreche aber es ist egal ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche bis zum nächsten Mal euer Gonrock ne bis denn Leute bye 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 Leute sind sie sie Vielen Dank.